Servus Leute, Willkommen zurück zu Prince of Persia, Warware with Warrior Wiffy. Mein Kopf brummt. Ich hab so Kopfschmerzen, deswegen werde ich heute nur ein oder zwei Folgen machen. Warum nehme ich dann auf, fragt ihr euch? Weil ich Lust auf das Spiel hab grad. Ich hab da... Innerspace ist ja echt da. Ähm... Ah... Nicht da runterfallen, da bin ich auch tot. Gut. Ah, geht. Alles klar. Sonder gebrüllt. Ah, mein Freund. Ich wollte ausweichen. Oh, nö. Nicht dreim. Ah, nicht so oft zuschlagen. Nein! Er regt sich auf. Oh, kann ich verstehen. Ja. Mach, 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 mach. Und jetzt Kopf kaputt machen. Oder Helm viel mehr. Bing, 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 bing. Bing, bing. Eigentlich würde das ja am Umkehrschluss heißen. Stich ihn tot. Dass der Prinz sich schneller bewegt. Und nicht die Zeit verlangsamt wird. Ja, es kommt aufs selbe hinaus. Danke. Ah, noch eine Kugel. Gut. Ein bisschen Schaden habe ich genommen, aber ich hoffe es ist nicht allzu schlimm. Ach so. Ich dachte schon. Ich bin ja glaube ich ursprünglich von hier gekommen. Was ist denn da oben hier? Oder? Das ist von da unten. Okay. Ah. Ich habe es gerade gesehen. Keine Ahnung wann ich hier das letzte Mal war. Hier in diesem Gebiet. Aber das war bevor ich zum Uhrenturm gehe. Oh. Sorry. Ach so, du bist schon tot. Ah. Das hat aber glaube ich andere Gegner, die so schwache Variante. Bestimmt da habe ich rüber geguckt. Egal. Vielleicht werden die Fol- Oh. So. Vielleicht wird die Folge auch nicht so lang. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Eigentlich müsste ich ja aufpassen mit dem Speicher. Ich kann dann C-Absturz und so. Ihr wisst Bescheid. Und wenn ich da dann irgendwas speichere. Weil die PS2-Sturz ja nicht ab. Das ist ja eine separate Konsole. Aber die Aufnahme gibt es dann nicht mehr. Und das ist da unten auch so clean. Und das ist da unten auch so clean. Und das ist da unten auch so clean. Ja. 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 Das war so zu small. Genau die Teste. Nein. Na, war klar. So, jetzt bin ich wieder hier. So, jetzt mach das wieder auf. Jetzt brauche ich mich. Was mein Buch? Auch sie kennt die Schicksal. Ich sah es im Buch der Zeitung. Aber statt dagegen zu kämpfen, hat sie sich gefühlt. Das muss ich angekommen. Es heißt, Wissen sei Macht. Sage euch, es ist wichtig. Die Kenntnis über Art und Zeitung ihres Todes quält sie. Näher erholt. Aus dem großen Detail. Und ihr wünschtet, dass sie gegen ihr Schicksal kennt? Vielleicht wurde es aber neben den Sinn zurück. Ihr sagtet, das sei nur ein Teil der Begründung. Was ist der andere? Mein Leben lang habe ich das Buch der Zeit für unabänderlich gehalten. Es wünscht sich meine innere Stimme, dass es öffnet. Und glaubt ihr, ist das? Nein. Aber ich bin immer noch nie. Tausend Dank. Euer Name. Ich habe euch nicht mal nach eurem Namen gefragt. Ich war so... Ich bin... Kailin. Die Sandur ist schon mehr als zur Hälfte leer. Ihr habt nicht viel Zeit. Was war das gerade, außer die ganze Zeit im Hintergrund dieses... ...irgendwie scheinlich ein Bug ausgelöst zu haben oder so. Ihr erhaltet das Löwenschwert. Löwenschwert. Mit diesem legendären Schwert könnt ihr Energie speichern. Benutzt es, um die Energie zerstörerischer Attacken freizusetzen. Haltet viel direkt, bis der Angriff freigesetzt wird. Meine Damen, ich weiß nicht, was ich mit ihr machen muss, aber... Ich speichere mal hier, weil ich nicht weiß, ob ich sie angreifen kann. Ich würde es gerne mal testen. Zur Not kann ich den Spielstand laden. Wahrscheinlich wird sie mich dann zurück angreifen. Hat sie mir jetzt nicht irgendwie gesagt, wo ich jetzt hin muss? Sorry. Nein, es geht nicht. Gut. Und jetzt? Ich drehe das mal. Da habe ich nichts gebraucht. Das ist irgendwie auch nicht. Ah. Es wird neu angezeigt alles. Da hinten ist mein Ziel. Da hinten ist mein Ziel. Wo komme ich da hin? Den zweiten Turm muss ich aktivieren. Muss ich jetzt komplett zurückrennen? Der Typ da hinten könnte ruhig herkommen. Vielleicht kann ich ihn treffen. Ah. Ist er tot? Nee. Das ist echt knapp. Ja. Oh, wow. Das lässt sich wieder hier sein. Okay. Na ja. Gut, dann gucken wir uns hier mal um, weil ich mir grad nicht sicher bin, ob ich hier richtig bin. Du solltest nicht gegen die Säule springen. Was soll das? Alles voller Schatten, sondern Liebe. Wahrscheinlich wäre ich jetzt wieder komplett tot, oder? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ich muss in diesen Hauptraum den jeweils anderen Weg nehmen. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, hier komme ich nicht weiter. Das heißt, hier bin ich falsch. Die Feinden waren geradeaus. Ah, das war doof. Die sind viel blöder, aber es ist egal. Hier habe ich einen Brummen. So, dann rennen wir ihm einfach wieder zurück in den Hauptraum. Ja, Prinz. Wenigstens ist hier nicht der Dahaka, der es auf mich abgesehen hat. Oh, das war skill. Oh, noch viel skilliger. Wieso klettert er so langsam, obwohl er eigentlich schneller sein sollte? Weil er kann sich ja abstützen mit den Füßen. So sollte er eigentlich schneller sein. Boah. Okay, hier bin ich wieder im Hauptraum. Da ist diese, wie heißt sie? Kailina. Und reden kann ich dich nicht, aber du bist eine hübsche Frau. Ich kann dich auch angucken. Ich kann dich näher an dich rangehen. Na gut, dann werde ich hier ein Part beenden. Viel erreicht haben wir nicht, aber mein Kopf macht gar nicht mit, als dass ich hier jetzt noch länger aufnehmen könnte. Und ich will es ja nicht übertreiben. Deswegen werde ich hier den Part beenden. Das war Points of Persia Warrior Within. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.